Auch mit dem Mädelstahlzupfer bekommt man die dann ganz raus, samt der Wurzeln. Und wer will, kann dann noch heißes Wasser drüber und wir haben die Terrasse gefreut. Am 7. Oktober 2022. Die Karte ist sehr nah an den Karte. Die Karte ist gut. Wer hat einen Karte. Vielen Dank.